Wir sind die schönen Mannheims und guess what? Aus Mannheim. Wir müssen mal ganz kurz was schaffen, ja? Und dann sehen wir uns danach wieder. Bis gleich. Bis dann. Auf die Bühne. Tschüss. Stell dir Sekt auf. Tschüss. Wir sind ein kunterbunter Haufen. Also wir sind alle so unterschiedlich, haben unterschiedliche Stimmen, unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, das, was wir da alles so zusammenschmeißen an Songs, an Witz, das gibt es, glaube ich, so in der Kombination nur bei uns. Und ich glaube, das ist, glaube ich, so in der Kombination nur bei uns. Das ist das Programm, wo wir einfach alles das machen, was uns Spaß macht. Und sieh da, den Leuten gefällt's. Ihr seht doch, wie toll wir das finden. Am liebsten würden wir hier euren Gabelstapler mitnehmen. Das heißt doch Forklift. Das liftet ja. Deswegen will ich das ja unbedingt haben. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Vielen Dank.